hallo zusammen thomas hier ich glaube das ist eine premiere ich glaube so früh habe ich ein youtube video noch nie aufgenommen wir haben jetzt 6 uhr 13 aber ich bin gut präpariert hoffe ich zumindest ich bin gut gedobt ich habe schon eine tasse espresso getrunken das ist schon die dritte tasse kaffee ich bin ja schon so alt ich gehöre zu den leuten die sogar noch gerne filter kaffee trinken und deswegen würde ich sagen steigen wir auch mal ein ich habe schon wieder getan ich habe mir schon wieder eine neue kamera gekauft obwohl ich nun wirklich alles andere als ein technik nerd ein technik freak bin der sich alle nasen lang irgendwelche neue technik kaufen muss denn ich finde immer noch fotografieren ich das ist das wichtigste und die kamera ist ein werkzeug aber genau das ist der punkt das ist genau der punkt dass die fuji xe4 um die es heute geht ist das werkzeug für das was ich jetzt ergänzend auch fotografieren will ich habe es ja vor einiger zeit vorgestellt dass ich jetzt corona bedingt auch wieder verstärkt street fotografie mache wieder rausgehe auf die straßen der stadt denn woanders komme ich momentan nicht hin und versuche dort interessante szenen zu fotografieren und da ist es wirklich von vorteil mit einer möglichst kleinen mit einer möglichst unauffälligen kamera zu fotografieren ich habe angefangen mit meinen nikon kameras aber die waren mir zu groß und es fühlt sich tatsächlich anders an man nimmt sich selber beim fotografieren anders wahr und deswegen war für mich die frage welches system welche kameras kommen da in frage für mich die so klein wie möglich sind gleichzeitig aber technisch so gut wie es irgendwie geht und deswegen geht es heute um genau drei punkte erstens warum habe ich mir jetzt speziell die fuji xe4 vordergründig auch für die street fotografie gekauft warum habe ich mir gerade die gekauft und keine andere denn es gibt ja durchaus noch ein paar andere kameras die so dieses kompakte haben die den vergleichbaren formfaktor haben die so im bereich messsuche kameras aufgestellt sind zumindest von der optik wenn gleich das mir ehrlich gesagt ziemlich egal ist wie die kamera da aussieht und das dritte schon mal so ein ganz kleines quick schnell review denn ich war mit der kamera zumindest gestern schon mal draußen zum fotografieren und habe meine ersten erfahrungen sammeln können was vor allem auch die handhabung angeht und das thema ergonomie also drei punkte um dies heute geht und bevor wir einsteigen in diese drei themen vorher noch der hinweis dieses video wird gesponsert von hosting.de und die deutsche manage nextcloud von hosting.de ist die alternative zu dropbox und google drive und die komplette manage nextcloud könnt ihr kostenlos mit einem gigabyte speicherplatz nutzen und alle infos zur hosting lösung und zur cloud lösung von hosting.de findet ihr wie immer unten in der video beschreibung warum habe ich mir überhaupt die fuji xe4 gekauft ich habe mir ja kürzlich erst die fuji xe3 gekauft der grund ist ganz einfach gekauft bestellt hatte ich die fuji 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 fuji, schwieriges wort es ist noch früh Die Fuji, oder ich lasse mal Fuji weg. Warum habe ich mir die X-E4 überhaupt gekauft, wo ich doch gerade erst die X-E3 habe? Die X-E4 habe ich bestellt, gekauft, was auch immer, bevor ich mir die X-E3 gekauft habe. Aber die X-E4 war jetzt längere Zeit noch nicht lieferbar. Das hing damit zusammen, dass auch ich mir dieses Bundle bestellt habe, oder Kit, mit diesem neuen 27mm Kit-Objektiv, beziehungsweise Objektiv eben. Und da lag es wohl daran, dass es Liefer- oder Zollschwierigkeiten gab, ob des Objektivs. Das Gehäuse gab es jetzt schon seit, glaube ich, anderthalb zwei Wochen, aber eben nicht in diesem sehr preisattraktiven, mit dem attraktiven Preis, mit dem 27mm Objektiv. Und das wollte ich auch gerne haben. Dementsprechend hat das jetzt einfach gedauert. Weil ich aber nicht länger warten wollte, habe ich geschaut, was gibt es denn sonst von Fuji? Und dann war sofort verfügbar die X-E3, die ich jetzt schon seit dreieinhalb, vier Wochen habe, mit der ich auch durchaus schon einige Male draußen war. Und ich bin grundsätzlich immer mit Backup-Kameras unterwegs. Für die Street-Fotografie jetzt hier im Ruhrgebiet brauche ich das nicht zwingend. Aber da kommen wir gleich zu. Für mich ist die Kamera durchaus auch für andere Dinge geeignet, wo ich sie wahrscheinlich auch einsetzen werde. Und wenn ich dann auf Reisen bin, dann kann ich nicht mal eben nach Hause fahren und die Kamera wechseln und dann einfach mal wiederkommen. Das geht dann in der Regel nicht. Und dementsprechend ist es ganz gut, ohnehin eine zweite Kamera zu haben. Ich hatte erwogen, mir zwei X-E4 zu kaufen, nachdem ich dann mit der ersten X-E4 meine Erfahrungen gesammelt habe. Aber es ist eben jetzt so gekommen, dass ich mir erst die X-E3 gekauft habe und jetzt die X-E4 und dann eben zwei nahezu gleichwertige Kameras habe. Die ist natürlich neuer. Zwischen den beiden Kameras liegen fast vier Jahre Entwicklungszeit. Also deswegen die X-E4 als Hauptkamera und die X-E3 dann letztendlich als Backup-Kamera. Ja, und jetzt habe ich gerade auf meinen Spickzettel geguckt oder auf meinen Stichwortzettel und ich glaube, das, was ich sagen wollte, habe ich an der Stelle gesagt. Und dann kommen wir zum nächsten Kapitel. Warum die X-E4 und keine andere vergleichbare kompakte Kamera, wie zum Beispiel aus dem Hause Fuji, die X-100V? Die es ja schon seit einiger Zeit gibt und die vergleichbar ist in der Größe, vergleichbar kompakt, auch ein sehr schlankes Objektiv hat und im Prinzip sehen die sich sehr ähnlich. Der Grund ist ganz einfach und das ist auch gleich der Grund, warum ich mir keine Ricoh GR Mark III gekauft habe, die ja durchaus auch in Frage gekommen wäre, mit einem fest verbauten, auf Vollformat umgerechneten 28mm, wenn die Fuji X-100V umgerechnet auf Vollformat 35mm mitbringt, ist es doch noch früh. Der Grund ist einfach Vielseitigkeit. Wenn ich mit so einer Kamera kaufe, dann kaufe ich mir die, wenn es geht, so, dass ich sie grundsätzlich für viele Arten der Fotografie einsetzen kann und einsetzen möchte, damit ich einfach da die Option habe. Und wenn ich mir schon so ein leichtes kleines System kaufe, ist es natürlich von Vorteil, wenn ich sie dann eben auch für andere Varianten der Fotografie oder Anforderungen der Fotografie einsetzen kann, wo es um leicht, kompakt und klein geht. Und dann möchte ich aber dann bei Bedarf auch mit Wechselobjektiven arbeiten fotografieren können, also die Brennweite verändern. Und das bieten mir die X-100V und die Ricoh GR Mark III nicht. Die haben ein fest verbautes Objektiv und das ist mir an der Stelle zu wenig. Zudem, insbesondere was den Preis angeht, die X-100V kostet momentan um die 1400 Euro und wenn man mit den beiden Tele-Adaptern oder beziehungsweise Objektiv-Adaptern, die es gibt, um die Brennweite zu verändern, arbeiten will, dann ist man tatsächlich preislich bei den gleichen Brennweiten oder vergleichbaren Brennweiten, selbst mit der neuen X-E4, ist man, wenn man sich die Wildrucks Objektive beispielsweise kauft, ist man günstiger oder kommt man günstiger als mit der X-100V. Und wenn ich so fotografieren will mit der 100V, dann mache ich eben hier ein 23mm Objektiv drauf, dann habe ich auch eine Brennweite von 35mm und kann genau so damit fotografieren, habe aber den Bedarf später die Objektive oder die Brennweite zu wechseln. Also das war mir zu starr das System, deswegen sind die beiden anderen genannten Kameras für mich nicht in Frage gekommen und deswegen eine X-E4 und eine X-E3. Kommen wir zu der letzten Kamera aus dem Hause Fuji, die ja grundsätzlich auch in Betracht gekommen wäre, auch eine aus dem X-System mit APS-C-Sensor und das ist die X-Pro3. Warum ist die nicht in Betracht gekommen, habe ich mir natürlich auch angeguckt, aber die kostet, stand heute ganz grob, doppelt so viel wie eine X-E4 oder anders gesagt, ich kann mir für das Geld einer X-Pro3 zwei X-E4 kaufen. Die X-Pro3 hat sicherlich den einen oder anderen Vorteil, sie hat zwei SD-Kartenschächte, die X-E4 hat nur einen. Die X-Pro3 ist wetterabgedichtet, die X-E4 ist es nicht. Und die X-Pro3 wird von vielen gelobt, hat einen Hybrid-Sucher, brauche ich nicht. Mir reicht vollkommen das elektronische Display, das hat mir bei der X-E3 schon sehr gut gefallen, das hat nicht die allerhöchste Auflösung, da gibt es heute technisch Kameras, die wesentlich höher auflösen, aber ich finde die Auflösung, ich glaube von 1,6 irgendwas Millionen Pixel, für den Sucher, die reicht. Ich sehe da alles durch, was ich sehen will, die Farben werden leidlich gut dargestellt, insbesondere wenn ich dann auch mit den Filmsimulationen arbeite, wir sehen die ja sowieso ganz anders aus. Also ich habe bisher alles durch den Sucher sehr gut erkennen und sehen können, bei der X-E3 und auch bei der X-E4, ich glaube sogar der selbe Sucher von der Auflösung, und deswegen reicht mir dieses kleine Display. Wenn ich also die beiden Kameras nebeneinander stelle, die X-Pro3 und die X-E4, dann ist die X-E4 für mich die Kamera mit dem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis und für mich persönlich, für meine gedachten Anforderungen, bietet sie alles, was ich brauche und da habe ich gar keinen Grund, das Doppelte an Geld auszugeben. Und es gibt noch einen weiteren Aspekt, da kann Fuji nichts dazu, aber der ist für mich durchaus auch relevant. Die X-Pro3 kann nicht mit den aktuellen, oder zumindest nicht mit einigen der aktuellen Wildrocks Objektive verwendet werden, ganz einfach, weil der Auslöseknopf für das Bajonett, um das Bajonett zu lösen, die Objektive ab und dran zu machen, ist so eng, dass die Wildrocks Objektive mit ihrem Tubus da dran schleifen und das Ganze dann irgendwann mechanisch wahrscheinlich zerstören. Deswegen kam für mich die X-Pro3 auch nicht in Frage, aber letztendlich, der Hauptgrund ist tatsächlich der Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis, meine Anforderungen, die X-E4 erfüllt die vollständig zu 100%. Warum überhaupt Fuji und nicht eine Kamera eines anderen Kameraherstellers? Es gibt ja schon noch den ein oder anderen Kandidaten der anderen Kamerahersteller, der grundsätzlich in Frage kommt, wenn es darum geht, klein, leicht, kompakt und möglichst unauffällig mit seiner Kamera in den Straßen unterwegs zu sein. Und gucken uns die Kandidaten an, die mir zumindest bei meiner Recherche über den Weg gelaufen sind. Und da fangen wir mal an mit Leica. Leica ist natürlich so der Klassiker, auch bei den Street-Fotografen, zumindest bei unseren Altvorderen. Damals gab es auch nicht so sehr viel was anderes, glaube ich. Und Leica, trotz aller positiven Aspekte, die die Leica-Kamera mitbringt, brauchen wir uns gar nicht lange daran aufhalten. Die ist mir schlicht und ergreifend zu teuer. Ich bin nicht bereit, zumindest jetzt nicht bereit, für eine Kamera, die aus meiner Sicht, für meine Anforderungen, nichts besser kann, als die X-E4 oder sogar die X-E3 5000 Euro zu bezahlen. Also von daher war da der Haken sehr schnell hinter Leica. Es gibt die ganz kleinen, kompakten Kameras von Olympus, die Olympus Pen, auch ähnlich diesen Kameras, aber die Olympus Pen, die ich mir angeguckt habe, sind technisch noch nicht mal auf der Höhe der X-E3, die nur auch schon vier Jahre alt ist. Und deswegen sind die für mich einfach ausgeschieden. Soweit ich das gesehen habe, haben die auch alle nur maximal 16 Megapixel. Ich habe hier eine MFT-Kamera mit der Lumix GH5, die ich unverändert sehr gerne speziell fürs Film einsetze. Ich weiß aber auch, dass der naturgemäß der Sensor deutlich schneller rauscht. Und gerade in der Street-Fotografie, ich habe auch mit der X-E3 schon mit ISO 10.000, ISO 12.800 fotografiert. Und wenn ich das mit dem MFT-Sensor mache, einer Olympus, dann rauscht der noch mehr. Das Rauschen ist bei der Street-Fotografie nicht so wichtig. Da zählt immer erst das Motiv und wenn es dann rauscht, ist es vollkommen egal. Wenn du eine richtig klasse Aufnahme gemacht hast. Aber es muss ja nicht unnötig vielrauschend sein. Und dementsprechend preislich ist die X-E3, auch wenn es heute um die X-E4 geht, aber die X-E3 liegt dann auf einer Pen. Und dann habe ich damit definitiv die bessere Kamera und habe damit mehr Möglichkeiten. Also deswegen ist die Olympus Pen beispielsweise für mich auch komplett rausgefallen. Und dann gibt es ja noch Sony. Ich habe tatsächlich als Vergleich die Sony-Kameras, die A-Serie, die Alpha 6500, die Alpha 6600 durchaus in Erwägung gezogen. Das waren die ernsthaftesten Konkurrenten zu den Fuji-Kameras. Die Sony-Kameras, zumindest die A6600 hat zumindest den Vorteil, sie hat IBIS, sie hat eine Sensorstabilisierung. Das wäre durchaus ein Argument gewesen. Allerdings für die Street-Fotografie, auch bei den Verschlussgeschwindigkeiten, mit denen ich und mit denen man dann üblicherweise fotografiert, in den meisten Fällen zumindest, das sind relativ schnelle Verschlussgeschwindigkeiten, denn wenn man Personen fotografiert, will man die in den meisten Fällen auch möglichst scharf abgebildet haben. Also fotografiere ich mit relativ kurzen Brennweiten auch mit der X-E4 mit einer 160, mit einer 200 und dann brauche ich kein IBIS. Also kann der für mich auch wegfallen. Selbst wenn ich die für die Landschaftsfotografie nehme, kann ich sie ohne Probleme auf dem Stativ benutzen und dann brauche ich auch kein IBIS. Also war IBIS für mich dann nicht das zentrale Argument, nicht für die Kameras, nicht für den hauptsächlich gedachten Verwendungszweck. Und dann gibt es einen Aspekt, der hat mich tatsächlich am meisten gestört für den Aspekt Street-Fotografie bei den Sony-Kameras. Da steht nämlich vorne schön Sony drauf. Die Fuji-Kameras sind für mich von den kompakten mit Wechsel-Bajonett in dem Fall insbesondere die, wo man nicht vorne lesen kann, von welcher Firma ist die Kamera. Da steht nichts drauf. Und wenn wir uns die Kamera angucken, die sieht ja nur wirklich mehr aus wie ein Spielzeug als eine ernstzunehmende Kamera. Das ist also komplettes Understatement. Da steht nicht drauf, da steht nur X-E4, können die meisten nichts mit anfangen. Da steht nicht drauf Fuji, da steht nicht drauf Leica, da steht nicht drauf Sony. Sony steht sehr schön drauf. Und das war durchaus ein Grund, warum Sony für mich dann letztendlich ausgeschieden ist. Also, das waren jetzt so im Wesentlichen die Gründe, warum es dann tatsächlich letztendlich die Fuji X-E4 geworden ist und keine andere Kamera. Kommen wir zum zweiten großen Block dieses Videos und zwar zur ersten schnellen Bewertung, Klammer auf Review, Klammer zu, der X-E4. Denn ich habe sie ja diese Woche schon zum Fotografieren draußen einsetzen können. Zum Fotografieren? Ich glaube es heißt beim Fotografieren draußen einsetzen können. Zum Fotografieren draußen mitgenommen. So, jetzt haben wir beide Sätze vollständig auf den Punkt. Ich sage ja, es ist noch früh. Kommen wir zur Verarbeitung. Verarbeitung, können wir kurz machen, ist tadellos. Da gibt es aus meiner Sicht überhaupt nichts dran zu meckern. Sauber verarbeitet, alles funktioniert bestimmungsgemäß. Es gibt zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, die man vielleicht ein kleines bisschen besser hätte machen können. Das eine betrifft den Batteriefachdeckel. Der ist ein ganz kleines bisschen lose. Also er schließt bündig, aber er liegt nicht hundertprozentig auf. Das hätte man vielleicht noch ein kleines bisschen besser machen können. Ist kein funktionaler Mangel. Ganz einfach, weil der Batteriedeckel geht nicht auf. Er schließt sauber, aber wie gesagt, er ist nicht hundertprozentig bündig auf der Auflagefläche. Das zweite, was an sich sehr schön gemacht ist, ist ja dieses Display, das man hochklappen kann. Sehr variabel. Es ist auch sehr schön stramm, sodass das auch gut alles hält. Aber die Leiterbahn, die da ist, dieses Flachbandkabel, das liegt offen. Das ist natürlich notwendig, um das Display mit Strom zu versorgen. Und wenn man Touchgesten verwendet, die Information auch in die Kamera zurückzumelden. Da müssen dann irgendwo Daten fließen. Dementsprechend brauchen wir ein Kabel. Oder eine, was auch immer, wie auch immer geartete, technische Informationsdingeskirchen. Aber dieses Kabel liegt relativ offen. Ihr seht das, ich kann da dran, ich kann da dran ziehen. Das macht man natürlich normalerweise nicht. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, das muss jetzt die nächste Zeit zeigen, dass man da beim Gebrauch vielleicht sogar dran hängen bleiben kann und dass man sich das Kabel abreißt. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter lösen können, indem man das ein bisschen besser abdeckt, damit man da an dem Kabel nicht hängen bleibt. Kann sein, dass das wohl kein Problem ist. Kann sein, dass es ein Problem wird. Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir einfach mal die Zeit abwarten, wie sich das dann letztendlich herausstellt. Das sind aber so die beiden einzigen Aspekte. Ansonsten klasse Kamera, sehr schön verarbeitet. Der zweite Aspekt, Handhabung, ist natürlich bei einer Kamera sehr wichtig. Man muss sie gerne in die Hand nehmen können und sie muss sich dann auch beim Bedienen auch sehr gut benutzen können. Was mir generell aufgefallen ist, ist, dass die Menüführung bei Fuji wirklich sehr, sehr gut gelöst ist. Ich bin, obwohl ich noch nie eine Fuji Kamera hatte, sowohl bei der X-E3 als auch jetzt bei der X-E4 sehr viel schneller mit der Menüführung und mit der Menüstruktur klargekommen, als bei meiner neuen Nikon Z7 II und auch bei der Z6 und bei der Z7, die ich vorher hatte. Obwohl ich seit 15 Jahren mit Nikon Digitalkameras arbeite und die Menüs eigentlich auch kenne, aber ich habe mich teilweise wirklich schwer getan, in der erweiterten Menüstruktur die Dinge zu finden und die Dinge zuzuordnen, die ich fürs Fotografieren brauche. Da bin ich mit der Menüstruktur der Fuji Kameras sehr viel schneller klargekommen und warm geworden. Und was mir auch aufgefallen ist, vielleicht noch ein weiterer Grund zu Sony. Zumindest in der Vergangenheit war es so, dass Sony ja wirklich nicht gerade geglänzt hat, wenn es um die Menüstruktur geht. Vor allen Dingen, ich sehe das ja bei meinen Foto-Workshops, Fotoreisen, wenn ich bei den Teilnehmern auf die Displays gucke, auf die Menüstruktur, wenn dann was eingestellt werden muss. Ich habe nie verstanden, wie Sony, obwohl die irrsinnig lange Platz in der Zeile haben, mit so vielen abgekürzten Worten arbeiten. So etwas Unverständliches habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Und Fuji hat das ganz anders gelöst. Da machen sie die Schrift einfach kleiner, um fast alles auszuschreiben. Es ist zwar auch nicht immer jedes Wort verständlich, aber sie schreiben alles aus. Du musst also nicht auch noch die Kürzel merken. Also so eine Kleinigkeit, die aber letztendlich dann sicherlich auch einen Aspekt ausmacht. Also die Menüstruktur ist sehr gut gelöst. Und dann kommt noch hinzu, dass man ja bei der X-E4 das hintere Daumenrad, so wie bei der X-E3, hey, hier haben wir noch ein hinteres Daumenrad, das hat man hier eingespart. Da weiß ich nicht, ehrlich gesagt, nicht warum. Es hätte jetzt, glaube ich, keinen großen Aspekt gemacht. Dann hätten sie vielleicht noch 5 Euro mehr nehmen sollen für das hintere Daumenrad. Aber die Frage habe ich mir auch gestellt, ist das schlimm? Ist überhaupt nicht schlimm, denn man hat das durch eine Mehrfachbelegung der anderen Tasten, hat man das alles so elegant gelöst, dass man trotzdem an alle Informationen drankommt. Und man hat das vordere Daumenrad um eine dritte Funktion erweitert. Man kann die ja drücken und hat dann ergänzende Funktionen, sodass ich trotz allem Blende und Verschlusszeit, wenn ich das über die Räder machen möchte, über die Räder oder in dem Fall das Rad einstellen kann. Also ich brauche jetzt nicht mehr, wie ich das klassischerweise habe. Bei mir ist das hintere Rad immer für die Blende, das vordere Rad für die Verschlusszeit. Das haben wir hier nicht. Hier kann man aber die Blende und die Verschlusszeit durch das Drücken, kann man einfach durchgehen, durch scrollen, durch diese drei Funktionen und kommt trotzdem an alle dran. Sofern man nicht ohnehin ein Objektiv mit einem Blendenring hat, wo man dann auch die Blende bei Bedarf an dem Objektiv einstellen kann. Also Verarbeitung bzw. Handhabung auch wunderbar. Es gibt aber tatsächlich etwas, was mir jetzt aufgefallen ist, was mir bei der XC3 deutlich besser gefällt. Die XC3 hat hinten so eine ganz kleine Daumenablage, die ist auch gummiert und vorne eine ganz kleine Handablage, die ist auch gummiert. Und dadurch fasst sich die XC3 wirklich sehr gut an. Da würde ich nicht auf die Idee kommen, mir noch einen extra größeren Daumengriff zu kaufen oder diese Daumenablage, die man in den Blitzschuh stecken kann. Ich habe mir beides für die XC3 bis XC4 bestellt. Ganz einfach, weil das Material ist ansonsten das Gleiche, aber diese Außenhülle ist doch sehr rutschig. Gerade jetzt auch in der wärmeren Jahreszeit, wenn man mal schwitzige Hände hat, ist das relativ rutschig. Und ich bin jemand, der normalerweise keinen Kameragurt verwendet. Ich habe die Kamera immer in der Hand. Und dann rutscht die auch schon mal weg. Also da muss man vielleicht dann unter Umständen je nach Handhabung doch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber das müsst ihr dann jedem selber belassen, ist ja auch eine sehr subjektive Kiste. Und jetzt kommen wir zu den absoluten Highlights. Das hat mir bei der XC3 schon gefallen, aber die XC4, wie gesagt, die sieht aus fast wie eine Spielzeugkamera. Fast wie eine, wie sagt man, wie eine Sofortbildkamera. Dieses kleine Ding hier ist technisch auf dem neuesten Stand der Fuji-Technik. Da ist sehr viel drin von dem, was wir in der XT4, dem APS-C-Flaggschiff, haben. Nicht alles, aber vieles. Und das finde ich vom Konzept her bei Fuji auch sehr beeindruckend, dass alle Kameras, in dem Fall der X-Serie, die gerade auf dem aktuellen Niveau sind, alle grundlegend die gleiche Technik haben. Der gleiche sehr gute Sensor, der gleiche sehr gute Autofokus und so weiter und so fort. Natürlich hat man die Kamera abgespeckt und es gibt Gründe, warum sie billiger ist. Aber für meine Anforderungen, wie gesagt, reicht sie. Und das kann man sich ja vorher angucken, was hat sie, was hat sie nicht. Und die Technik, die da drin steht, ist absolut state of the art 2021. Und das ist das, was mich wirklich fasziniert bei den Kameras. Und das war auch einer der Gründe, der mir sehr gut gefallen hat und warum ich mich dann auch für die X-Serie, für die Street-Fotografie entschieden habe. Und es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Und das war dann auch für mich einer der wesentlichen Gründe für die X-E4. Die X-E4 ist jetzt stellvertretend für die Z6, die mich jetzt hier filmt. Die X-E4 ist, was das Thema Video angeht, auf dem gleichen Niveau wie meine Z6, die mich jetzt filmt. Meine Nikon Z6, die ungefähr das Doppelte kostet. Zumindest als man sie neu kaufen konnte, als sie neu auf dem Markt war. Das heißt, ich kann die Kamera als Videokamera auch für unterwegs mitnehmen. Brauche also meine Z6 gar nicht mehr mitnehmen. Und dann habe ich sogar noch den Vorteil, ich habe ein Display, das ich mich sogar selber sehen kann. Kann sogar für einfache Sachen für unterwegs auf dem Atomos Ninja V vollständig verzichten. Und das finde ich absolut beeindruckend. So eine kleine Knipskiste im Vergleich zu einer Nikon Z6. Und sie hat sogar noch einen Vorteil, sie hat sogar ein eigenes Lokprofil, das mitkommt. Das hat die Z6 nicht. Also das finde ich wirklich Hut ab, Fuji. So, und das Display habe ich schon gerade genannt. Dann können wir zum letzten Punkt kommen, zum Fazit. Die Fuji X-E4 ist für mich eine Top-Kamera, weil sie einmal technisch auf dem neuesten Stand ist und weil sie sehr vielseitig verwendbar ist, da ich ein Wechselbayonett habe und sie auch jederzeit für alle anderen fotografischen Genres einsetzen kann, die ich zumindest bediene. Und was mir sehr gut gefällt, und das war ja auch der Grund speziell für die Street-Fotografie, sie ist das absolute Understatement. Der Kamera sieht man nicht ansatzweise an, was die Kamera kann, was da an Kameratechnik drin steckt. Und der letzte Punkt, der beim Fotografieren nicht ganz unwichtig ist, es macht einfach wirklich irre Spaß, mit der Kamera rauszugehen und zu fotografieren. Untertitelung des ZINE bleeding im Auftrag des ZDF, Untertitelung des ZDF, 2020